1 Das Wochenende kommt. Zwei Tage frei, keine Arbeit und das Wetter ist schön. Was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an, hier bei Radio Frankenland unter 0800 40 20 18. Da ist ja schon der erste Anrufer. Mit wem spreche ich? Hallo, ich heiße Anna Kupitsch. Guten Tag, Frau Kupitsch. Was machen Sie am Wochenende? Ich kann endlich zwei Tage zu Hause sein und einfach mal nichts tun. Ich arbeite sehr viel. Ich bin Krankenschwester und ich brauche einfach auch Zeit für mich. Das verstehe ich gut, Frau Kupitsch. Machen Sie wirklich nichts? Ich lese ein bisschen. Das mache ich gern. Und am Samstag oder am Sonntag gehe ich ins Kino. Vielen Dank, Frau Kupitsch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was machen Sie am Wochenende? Rufen Sie uns an, 0800 40 20 18. Zwei. Hallo, guten Tag. Mit wem spreche ich? Philipp Hofer. Herr Hofer, das Wochenende beginnt. Was machen Sie? Ach, am Samstag ist bei uns in Nürnberg das große Frühlingsfest. Da gibt es super Musik und das Essen ist auch sehr gut. Und was machen Sie da? Ich fotografiere gern und kann dort sicher viele Fotos machen. Gehen Sie allein zum Frühlingsfest? Nein, auf dem Fest treffe ich Freunde und Kollegen. Und dann feiern wir. Was feiern Sie? Den Frühling. Und am Sonntag? Da kann ich schlafen. Lange, lange schlafen. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Hofer. Drei. Guten Tag, Radio Frankenland. Hallo, hier ist Kathi Gerber. Frau Gerber, was machen Sie am Wochenende? Ich fahre gern Fahrrad, sehr gern. Und jetzt im Frühling ist das so schön. Ich fahre am Samstag und am Sonntag ein paar Stunden. Und am Sonntagnachmittag kommen Freunde. Wir grillen im Garten. Zum ersten Mal in diesem Jahr. Vielen Dank, Frau Gerber. Ich wünsche Ihnen viel Spaß am Wochenende. Danke. Auf Wiederhören. Und jetzt noch ein paar Termine für den nächsten Monat. Zuerst zum Fußball. Der FC Bayern München spielt am 2. September um 17 Uhr in der Allianz Arena gegen Borussia Dortmund. Dann ein Tipp für Musikfans. Ed Sheeran kommt nach München. Das Konzert ist am 3. September um 21 Uhr in der Olympiahalle. Oder haben Sie Lust auf Filme? In den Kinos läuft bald der Film Moonlight. Ab 12. September auch im Forumkino. Dann haben wir einen Tipp für Nürnberg. Ab 16. September ist das Stadtfest und wie immer ist dann auch der Nürnberger Herbstmarkt. Und noch ein Tipp für Radfahrer. Die Radtour an der Isar von Mittenwald bis München können Sie am 20. September mit vielen anderen Radfahrern machen. 130 Kilometer am Fluss Isar. Am 20. September bei jedem Wetter. 1. Ich möchte bitte Frau Deutz sprechen. 2. Kann ich bitte Frau Teuchel sprechen? 3. Ist Herr Meidner da? 4. Ich möchte Frau Grauber sprechen bitte. 5. Ist Herr Deimel nicht da? 6. Kann ich mit Frau Kräuner sprechen? 1. Herr Hai aus Haudorf und seine Frau haben heute frei. 2. Meine Freundin Laura hat am 9. Mai Geburtstag. 3. Am 2. August fährt Aurelia Meier mit dem Auto nach Heidelberg. 4. Die Freunde von Rainer kaufen am Freitag Fleisch in der Metzgerei. 5. Heike und Claudia machen eine Reise nach Neuenburg in der Schweiz. 1. Anrufen 2. Aufstehen 3. Vorstellen 4. Einsammeln 5. Mitmachen 1. Guten Tag. Guten Tag. Als Mittagsmenü haben wir heute eine Kartoffelsuppe und Nudeln mit Schinken. Gut, das nehme ich. 2. Guten Abend. Guten Abend. Hier, bitte schön, die Speisekarte. Und wir haben heute auch noch Fisch mit Gemüse und einen Gurkensalat. Okay, vielen Dank. 3. Guten Tag. 4. Hallo. Haben Sie ein Mittagsmenü? Ja, natürlich. Heute gibt es Tomatensuppe und Pizza mit Schinken oder Salat mit Käse. Guten Abend. Was möchten Sie trinken? Und was essen Sie bitte? Vielen Dank. Ich bringe Ihnen gleich das Getränk. Hallo Sophia. Hier ist Katrin. Am 24.03. ist ein Konzert von Clueso. Das ist ein Samstag. Hast du vielleicht Zeit? Es spielt um 20 Uhr in der Tonhalle. Die Tickets kosten 35 Euro. Hast du Lust? Ruf mich mal an. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.